Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessualen Video. Heute geht es um eine besondere Prozesshandlung und zwar die Klageänderung. Im Wege der Klageänderung wird durch einen Antrag in der mündlichen Verhandlung oder durch Zustellung eines Schriftsatzes der ursprünglich geltend gemachte Streitgegenstand erweitert, beschränkt, ergänzt oder durch einen neuen ausgetauscht. Mittlerweile wissen wir alle, dass sich ein Streitgegenstand aus einem Klageantrag und einem zugrunde liegenden Lebenssachverhalt zusammensetzt. Da die Klageänderung eine Prozesshandlung ist, muss der Erklärende, insbesondere Partei, Prozess- und Postulationsfähig sein. Grundsätzlich ist eine Klageänderung unzulässig, weil der Beklagte darauf vertrauen können soll, dass er sich nur in der rechtshängig gewordenen Sache verteidigen muss. Gleichzeitig dient das Verbot der Klageänderung der Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Das bisherige Verfahren soll nicht durch einen Wechsel des Streitgegenstands im Nachhinein überflüssig werden. Das ist aber nur der Grundsatz, wie wir gleich sehen werden. Geregelt ist das Verbot der Klageänderung in § 263 ZBO. Schaut einmal ins Gesetz. Ihr seht, dass das Verbot hier bereits zwei Ausnahmen vorsieht. Eine Einwilligung des Beklagten und Sachdienlichkeit. Noch weiter aufgeweicht wird das Verbot durch § 264 ZBO, den wir ebenfalls lesen. § 264 regelt drei Fälle, in denen keine Klageänderung vorliegt. Das Verbot des § 263 ZBO greift dann nicht. Teilweise wird in den Fällen des § 264 ZBO auch von zulässigen Klageänderungen gesprochen. Das ist etwas unpräzise, meint aber inhaltlich das Gleiche. Wenn die Voraussetzungen des § 264 ZBO vorliegen, liegt keine unzulässige Klageänderung vor. In der Klausur solltet ihr § 264 ZBO zuerst prüfen, da es dann auf § 263 ZBO gar nicht ankommt. Wir gehen die drei Ausnahmen einmal der Reihe nach durch. Nr. 1 stellt klar, dass keine Klageänderung vorliegt, wenn tatsächliche oder rechtliche Anführungen ergänzt oder berichtigt werden. Die Vorschrift ist insofern lediglich deklaratorisch. Warum? Bei bloßen rechtlichen oder tatsächlichen Ergänzungen oder Berichtigungen liegt nach dem zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff ohnehin kein neuer Streitgegenstand vor. Der Antrag wird dadurch nicht berührt. Ebenso kann er eine Ergänzung denklogisch keinen neuen Lebenssachverhalt darstellen. Im Einzelfall müsst ihr genau prüfen, ob der Lebenssachverhalt wirklich nur ergänzt oder ausgetauscht wird. Dazu ein Beispiel. B hat den K bei einem Sportunfall verletzt. Daraufhin verklagt K den B auf Ersatz seines Verdienstausfalls in Höhe von 3.000 Euro. Im Verlauf des Prozesses kommen Zweifel auf, dass K tatsächlich einen Verdienstausfall erlitten hat. Daraufhin verlangt K stattdessen 3.000 Euro Schmerzensgeld. Liegt darin eine Klageänderung? Das Reichsgericht hat eine Klageänderung angenommen. Das überzeugt auch, weil der Lebenssachverhalt nicht nur ergänzt, sondern in Bezug auf den entstandenen Schaden ausgetauscht wurde. Soviel also zu § 264 Nr. 1 ZBO. Die folgende Nummer 2 erlaubt Erweiterung oder Beschränkungen des Klageantrags in Bezug auf die Hauptforderung oder auf die Nebenforderung. Zum einen erfasst sind quantitative Änderungen. Eine Schadensersatzforderung kann zum Beispiel nach oben korrigiert werden. Im Video zur sachlichen Zuständigkeit haben wir bereits geklärt, dass die Zuständigkeit des Landgerichts wegen § 261 Absatz 3 Nr. 2 ZBO nicht aufgehoben wird, auch wenn der Streitwert wegen der Änderung unter 5.000 Euro fällt. Umgekehrt ermöglicht § 506 ZBO den Weg vom Amtsgericht zum Landgericht, wenn eine Partei das beantragt. Nebenforderungen sind insbesondere Zinsansprüche. Wenn eine weitere Forderung geltend gemacht wird, liegt darin nach herrschender Ansicht eine nachträglich objektive Klagehäufung, sodass auch die Voraussetzungen des § 260 ZBO vorliegen müssen. Neben quantitativen Änderungen sind auch qualitative Erweiterungen und Beschränkungen von § 264 Nr. 2 erfasst. Insbesondere kann der Kläger seinen Antrag von einer Feststellungsklage zu einer Leistungsklage ändern. Eine qualitative Beschränkung liegt auch vor, wenn statt unangeschränkter Verurteilung nur noch eine Verurteilung Zug um Zug begehrt wird. Stark umstritten und noch nicht höchstgerichtlich geklärt ist, ob bei einer Beschränkung des Klageantrags auch die Voraussetzungen einer Klagerücknahme nach § 269 ZBO vorliegen müssen. Genauer beschäftigen wir uns mit der Klagerücknahme in einem gesonderten Video. Entscheidender Unterschied zwischen der Klagerücknahme und der erlaubten Klageänderung nach § 264 Nr. 2 ZBO ist, dass die Klagerücknahme gemäß § 269 Abs. 1 ZBO immer eine Einwilligung des Beklagten erfordert. Teleologisch geht es beim Streitstand deshalb um den im Einwilligungserfordernis verankerten Schutz des Beklagten. Soll er immer verlangen können, dass die ursprünglich rechtshängig gewordene Klage entschieden wird? In was für einem systematischen Verhältnis stehen § 264 Nr. 2 und § 269 Abs. 1 ZBO zueinander? Für einen Vorrang, das § 264 Nr. 2 ZBO spricht, dass dort eine Beschränkung ausdrücklich erlaubt wird. Teilweise wird auch vertreten, nur die qualitative Beschränkung sei eine Klagerücknahme. Andere wenden § 269 Abs. 1 ZBO nur in Fällen des Rechtsmissbrauchs an. In der Klausur könnt ihr hier alles vertreten. Die einfachste Lösung ist es wohl, § 264 Nr. 2 ZBO als Spezialvorschrift anzuwenden. § 264 Nr. 3 ZBO ist weniger kompliziert. Hier geht es um Fälle, in denen eine tatsächliche Veränderung eintritt und infolgedessen ein anderer Gegenstand, also ein Surrogat oder ein anderes Interesse, insbesondere Schadensersatz, geltend gemacht wird. Paradebeispiel ist hier, wenn zuerst Klage auf Herausgabe erhoben wird, die streitbefangene Sache dann aber zerstört wird. Hier wäre es völlig unsinnig, die Klägerin zu zwingen, ihre sinnlos gewordene Klage weiter zu verfolgen. Eine Umstellung des Klageantrags auf Wertersatz oder Schadensersatz ist deshalb zulässig. Wenn die Voraussetzungen des § 264 ZBO nicht vorliegen, kommt es auf § 263 ZBO an. Grundsätzlich erforderlich ist also eine Einwilligung in die Klageänderung. Lest euch dazu § 267 ZBO durch. Einlassen meint hier, inhaltlich zur Sache Stellung zu nehmen. Die Vermutung der Einwilligung durch Einlassen ist nicht widerleglich. Liegt keine Einwilligung vor, kommt es auf die Sachdienlichkeit an. Diesen unbestimmten Rechtsbegriff müsst ihr auslegen und zumindest irgendwie definieren. Hinter der Voraussetzung stehen prozessökonomische Erwägungen. Klassischerweise setzt sich die Definition deshalb aus zwei Teilen zusammen. Zunächst ist eine Klageänderung nur sachdienlich, wenn dadurch ein weiterer Prozess zwischen den Parteien vermieden wird. Dann können durch die Klageänderungen die Kosten eines weiteren Prozesses vermieden werden. Nach Ansicht der Rechtsprechung ist eine Sachdienlichkeit aber eher abzulehnen, wenn der bisherige Prozessstoff im Fall der Klageänderung nicht weiterverwendet werden kann. Macht der Kläger also plötzlich einen völlig anderen Anspruch geltend, für den das bisherige Verfahren, insbesondere auch die Beweiserhebung ohne Belang ist, erfolgt die Klageänderung nicht im Sinne der Prozessökonomie. Dann macht es aus prozessökonomischer Perspektive keinen Unterschied, einen neuen Prozess anzustoßen. Merkt euch also für die Sachdienlichkeit zwei Punkte. Erstens muss ein weiterer Prozess durch die Klageänderung vermieden werden. Zweitens sollte der bisherige Prozessstoff zumindest teilweise verwendet werden können. Das war es dann mit unserem Video zur Klageänderung. Fassen wir noch einmal zusammen. Klageänderung meint eine Änderung des Streitgegenstands. Beginnt die Prüfung mit Paragraph 264 Nummer 1 ZPO, stellt für Fälle ohne neuen Streitgegenstand klar, dass keine Klageänderung vorliegt. Bei Nummer 2 solltet ihr gegebenenfalls darauf eingehen, ob bei einer Beschränkung auch das Einwilligungserfordernis aus Paragraph 269 Absatz 1 ZPO greift. Nummer 3 ist in der Handhabung unproblematisch und erfasst insbesondere Fälle, in denen die streitbefallene Sache zerstört wird. Ist Paragraph 264 ZPO nicht anwendbar, kommt es regelmäßig auf Sachdienlichkeit nach Paragraph 263 Alternative 2 ZPO an. Sachdienlichkeit setzt voraus, dass durch die Klageänderung ein weiterer Prozess vermieden wird. Zudem sollte der bisherige Prozessstoff zumindest anteilig weiterverwertet werden können. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.